Und das da übrigens ist Lea-Sophie Müller, nicht zu verwechseln mit der Müller, das ist Laura Müller. Laura Müller gehört zum Wendler. Lea-Sophie Müller soll angeblich zu Till Lindemann gehören. Ja, soll. Aber irgendwie war das so, das könnte eine KI-generierte Figur sein, denn sie ist aus dem Nichts aufgetaucht und irgendwelche gut informierten Kreise wollen schon wissen, ja, sie war schon zu Hause bei Till. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über Till Lindemann, Lea-Sophie oder Joel oder Cassie oder Jemre oder Cece oder Rania oder, 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 oder. Ihr ahnt schon, worauf das hier rausläuft. Es geht darum, wenn ich jetzt sage, die nächste mediale Sau durchs Dorf, dann ist das nicht despektierlich gemeint, sondern eine Metapher. Es geht mir nicht um die jungen Frauen, das liegt mir absolut fern. Aber es geht jetzt hier und heute geht es mir um Joel. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, dann lasst jetzt ein Abo da, denn dann erfahrt ihr nicht nur alles rund um die Stadium Tour 2024 von Rammstein, sondern auch das, was sich rund um die Protagonisten der Band tut. Wo, wann, wer, was, mit wem, hier erfahrt ihr es aus erster Hand. Und das Ganze oft mit Informationen, die ihr so vielleicht nicht erwartet habt. So wie heute über die jungen Herzdamen, die sich hier mittlerweile untereinander in die Wolle kriegen. Ihr erinnert euch, wir haben im Dezember, kurz vor Weihnachten, nach dem letzten Konzert in Paris, schon über Till und Joel gesprochen. Ich verlinke es euch hier. Da ging es schon darum, wer ist diese 20-Jährige, die da Arm in Arm mit Till Lindemann am Key entlang flaniert in Paris, in der vorweihnachtlichen Stimmung. Und die Frage, die jetzt aufgekommen ist, ist das noch ein aktuelles Pärchen oder ist sie schon die Neue? Und das da übrigens ist Lea-Sophie Müller, nicht zu verwechseln mit der Müller. Das ist Laura Müller. Laura Müller gehört zum Wendler. Lea-Sophie Müller soll angeblich zu Till Lindemann gehören. Ja, soll. Aber irgendwie war das so, das könnte eine KI-generierte Figur sein. Denn sie ist aus dem Nichts aufgetaucht. Und irgendwelche gut informierten Kreise wollen schon wissen, ja, sie war schon zu Hause bei Till. Also eins ist sicher, es gab irgendwann, denn das Internet vergisst ja nichts, es gab wohl mal einen Instagram-Account, der da gehört hat auf LeaML3. Und den gibt es nicht mehr. Der sieht jetzt so aus. Ja, und das ist eben der Stand der Dinge. Warum mache ich das Fass auf? Habe ich was gegen Altersunterschied in Beziehungen? Habe ich nicht. Das wäre auch absolut bigott. Das haben wir alle schon hinter uns. Ich zumindest. Und es ist das gute Recht von Till, seine Zeit mit Menschen zu verbringen, die ihm gefallen. Wir reden da von Quality Time. Wenn das für ihn in Ordnung ist, ist es für mich in Ordnung und damit für mich kein Thema. Denn wer bin ich, dass ich da einen Stein aufhebe und in Richtung Lindemann werfe? Ich bin weder eine lila Pappschild schwingende Krawalschachtel, noch bin ich ein moralin-geschwängerter Apostel. Nein, es geht mir heute auch um was ganz anderes. Eigentlich geht es mir um das, was dahinter steckt. Was eine junge 20- oder 22-jährige Frau hier tatsächlich für einen Vorteil davon hat, wenn sie mit einem solchen prominenten Zeit verbringt. Insbesondere dann, wenn man selber auf den sozialen Medien aktiv ist und hier ein Business generiert. Und da lade ich euch ein und das wird jetzt interessant. Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, denn das, was ich euch zeige, zeigt auch, dass das nicht immer die armen, kleinen, harmlosen Dinger sind, die sich hier von einem mächtigen Silberrücken faszinieren lassen und sich völlig unschuldig in ein Abenteuer schmeißen, das sie nicht verstehen. Nein, die Nummer sieht ganz anders aus, wenn man hier mal genauer hinschaut. Also Fakt ist, ich habe euch schon im Dezember erzählt, Joel verfügt über einen Instagram-Account. Der hatte damals um die 100.000, das sind jetzt ein paar mehr Follower bei Instagram. Mittlerweile ist sie auch bei TikTok aktiv. Woher ich das weiß? Nun, sie ist bei einer Agentur. Sie ist bei Treesmile und da findet man ihr Porträt in angenehmer Gesellschaft. Hier mittendrin, außenrum, seht ihr dann die anderen Mädels und im Grunde genommen sind die so wie Abziehbilder. Austauschbar, beliebig, da ist von Jemre, Rania, Sesse, Vivienne, Chanty die Rede. Das Einzige, was noch fehlt, sind Jessica und Chantal, aber ich schweife ab. Jede von diesen Damen hat so ihre Geschichte und wird dementsprechend vermarktet. Das ist so ähnlich, als wenn man eine Boyband castet. Hier sind es Mädels und ich, glaubt ihr nicht, ich zeige es euch. Fangen wir doch mal mit Jemre an. Jemre wird beschrieben und das Ganze liest sich dann so, als wenn man sich in der Tierhandlung ein Meerschweinchen zulegen möchte. Jemre prilliert vor allem in den Bereichen Beauty, Fashion und Lifestyle. Als echtes It-Girl inspiriert sie ihre Follower nicht nur mit Content rund um die neuesten Trends, sondern auch mit praktischen Styling-Hacks für Haare, Nägel und das Kombinieren von einzigartigen Looks. Dabei legt sie mitunter selbst gerne Hand an, ändert Kleidung, verwandelt eine Jeans in ein stylisches Top, professionell und selbstbewusst flirtet Jemre mit der Kamera, die sie oft auf ihren Wegen begleitet. Das geht dann noch ein bisschen weiter, das möchte ich euch aber ersparen. Also das ist Jemre. Jemre ist Kollegin mit im Grunde genommen auch noch einem relativ überschaubaren Bestand an Followern. Sie hat mal gerade 259.000 bei Insta und 57.000 bei TikTok. Das ist nichts, habe ich mir sagen lassen. Und das ist auch nichts, wenn man sich mal die Zahlen anschaut, die in dieser Agentur von einigen anderen gehalten werden. So zum Beispiel von Esra. Das ist Esra. Und Esra hat eine Vita. Bio heißt das heute, also Bio, Biografie nehmen. Esra ist vor allem bekannt durch eine Bandbreite an witzigen Situationen, die sie an ihrem Arbeitsplatz, einer Tankstelle erlebt hat. Ihre pointierten Reaktionen auf Kommentare ihrer Follower sorgen immer wieder aufs Neue für Lacher, die einen Tränen in die Augen schießen lassen. Als lebensfroher Mix aus Spaßvogel und Powerfrau inspiriert Esra außerdem mit Beauty und Fashion. Rezepten und Fitnesstipps. Da fehlt nichts. Nein, es geht noch weiter. Besonders spannend für sie ist das Testen neuer Produkte. Wenn ihr euch jetzt fragt, was hat denn dann die Joelle, die da im Dezember mit Till in Paris durch die Straßen flaniert ist, was hat die denn so da drin stehen? Oh, auch da hat man ihr. Und irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch noch die gute alte Bild-Zeitung kennt mit dem Mädchen von Seite 3. Da waren dann immer leicht beschürzte Frauen zu sehen und irgendeine aberwitzige Redaktion, meistens sogar aus Frauen, hat dann auf diese Fotos irgendeine Bio drauf gedichtet. Die hat mit dem Bild, was aus einer Agentur stammte, nichts zu tun. Aber es las sich dann immer wieder gut, wie langweilig der Tag im Büro für diese Sekretärin gewesen ist. Oder dass diese Tierärztin so zwischen zwei Besuchen auf der Weide bei den Kühen die Gelegenheit genutzt hat, die letzten Sonnenstrahlen zu tanken. Irgend so ein Schwachsinn wurde da verzapft. Und das war dann der Untertitel, die Legitimation, um diese leicht beschürzten Damen auf Seite 3 zu präsentieren. Das fiel dem Zeitgeist zum Opfer, aber hier finden sich dann ähnliche Geschichten. Also Joel, auf ihren Kanälen nimmt Joel ihre Follower mit auf eine aufregende Reise durch die Welt der Schönheit und Mode. Sie beweist feines Gespür für Trends und das Kreieren cooler, moderner Looks für jeden Anlass. Joel steht gerne vor der Kamera und brilliert in ihrer Tätigkeit als Model durch Professionalität und positive Ausstrahlung. Außerdem teilt sie Einblicke in ihren persönlichen Lifestyle von gesunder Ernährung bis hin zu Fitness und Reisen. Ja, das ist Joel. Und jetzt könnt ihr euch auch vorstellen. Joel kämpft darum, in dieser Agentur einen besseren Platz zu bekommen. Sie ist mit ihren Followern noch irgendwo am Anfang. Und jetzt kommen auf einmal Fotos von Sophia auf. Lea Sophia, genau genommen. Und die wird als neuer Hit an der Seite von Lindemann gehandelt. Woraufhin das Management, also das Management von Joel hat daraufhin gesagt, nein, nein, das stimmt gar nicht. Nö, nö, wir leugnen das mal. Joel und Till sind immer noch zusammen. Weil das macht ja nun den Reiz an Joel aus. Denn so doll ist das nicht, ihr über die Schulter zu schauen, wenn sie shoppen geht, wenn dann nicht der Till irgendwo in Reichweite vermutet wird. Während von der Seite von Till heißt es hier nur, nö, man hat sie schon länger nicht mehr gesehen. Das wäre so das Worst Case. Ihr erinnert euch, Andy Warhol hat mal gesagt, wir steuern auf eine Zeit zu, wo jeder Mensch für 15 Minuten Fame genießen wird. Ja, und Joel hat offensichtlich Angst, dass ihre 15 Minuten vorbei sind. Wenn die Karawane weiterzieht und ihr Platz neu besetzt wird, dann ist das so, als wenn du in Folge 2 einer lang angelegten Abendserie aus dem Skript geschrieben wirst, weil du einen tragischen Unfalltod stirbst. Ja, und das will sie nicht. Sie will jetzt hier nicht vor den bildhaft gesprochenen Bus geworfen werden und kämpft darum, nach wie vor die Frau an der Seite zu sein von Till Lindemann. Warum ich euch das alles erzählt habe, dafür gibt es einen einzigen Grund. Das alles passiert in einer wahnsinnigen Bubble, in einer unglaublichen Eigendynamik und hat mit Till Lindemann im Grunde genommen selber in seiner Persönlichkeit mal gar nichts zu tun. Dass er sich Menschen sucht, die ihn eine Zeit begleiten, dass er mit Menschen zusammen ist, von denen er sich verspricht, eine unterhaltsame Zeit zu haben und zu verbringen. Das ist das eine. Dass das aber unter Umständen eine Win-Win-Situation ist und wir hier nicht über Opfer sprechen. Das solltet ihr vor allen Dingen dann im Auge behalten, wenn ihr ab heute irgendwie glaubt, das Buch von Daniel Trepper, Wow Zero, lesen zu müssen. Denn das Bild, was er da von diesen harmlosen, hilflosen, unheimlich naiven jungen Frauen zeichnet, hat mit diesen berechnenden, kalkulierenden, systematisch agierenden Frauen wie einer Joel, einer Lea-Sophie Müller oder auch einer Laura Müller nicht im geringsten etwas zu tun. In diesem Sinne, hört die Musik, die ihr mögt, geht auf die Konzerte, die ihr liebt und haltet den Rücken gerade. Ciao for now, euer Chris Habitat, Lebensraum Deutschland, klare Kante, weil wir hier zu Hause sind. Die Musik und die Musik zu Ende-Urb